Nachdenkseiten Die kritische Website Verschwörungstheorie Neue Offensive gegen Kritik Von Tobias Riegel Skeptiker werden als rechts tituliert, bereits das kritische Nachfragen wird als Spinnerei abgetan. Ein alter Kampfbegriff erfährt aktuell ein massives Comeback in zahlreichen Artikeln. Alternative Theorien entstehen aber vor allem dann, wenn die offiziellen Erklärungen unbefriedigend und widersprüchlich sind, also etwa bei den Themen Corona und Lockdown. Der Kampfbegriff Verschwörungstheoretiker ist alt und er erscheint eigentlich höchst abgenutzt. Doch das ist ein Irrtum. Wie ein Untoter kehrt der Begriff zuverlässig wieder und entfaltet nach wie vor seine destruktive Wirkung. Vor allem, um offizielle Narrative zu verteidigen, die in Bedrängnis geraten sind. Diese Haltbarkeit eines lange und mehrfach enttahnten Kampfbegriffes ist skurril, aber man muss mit diesem Phänomen umgehen. Ganz aktuell zum Beispiel rollt eine ganze Welle an fragwürdigen Artikeln über das Publikum. Vereint durch den Willen, Kritik am Corona-Lockdown oder Zweifel an der Gefährlichkeit des Virus als rechte Spinnerei abzutun. Verschwörungstheorie Der Kampfbegriff möchte nicht aufklären oder vor Fake News schützen, wie seine Benutzer und Benutzerinnen suggerieren. Er will stattdessen Andersdenkende abservieren, ohne sich erst mühsam mit anderen, teils komplexen Argumenten auseinandersetzen zu müssen. Mit der Ablehnung des Kampfbegriffs stützt man, etwa in der Debatte um das reale Gefahrenpotenzial des Virus, noch kein konkretes Narrativ. Man fordert aber ein Ende der billigen und vorauseilenden Diffamierung unbequemer Narrative und dadurch die Öffnung der Diskussion. Mit der Forderung, Debatten nicht von vornherein mit polemischen Begriffen abzuwürgen, verteidigt man auch nicht automatisch eventuell tatsächlich politisch rechtsagierende Diskussionsteilnehmer. Wichtig ist auch die Feststellung, dass alternative Theorien vor allem dann entstehen, wenn die offiziellen Erklärungen unbefriedigend und widersprüchlich sind. Also so, wie es aktuell bei den Themen Corona und Lockdown zu beobachten ist. Aktuelle Beispiele für den fragwürdigen Einsatz des Kampfbegriffs Verschwörungstheorie gibt es zuhauf. Das jüngste Exempel lieferte wohl am Mittwochmorgen ein Interview im Deutschlandfunk DLF. Laut den kritiklos hingenommenen Aussagen der Interviewpartnerin, die Historikerin Hedwig Richter, basiert die fehlende Ablehnung von Verschwörungstheorien auf Unsicherheit. Besonders anfällig für Verschwörungstheorien seien demnach Menschen, die schlecht mit Unsicherheit und Ambivalenz umgehen können. Und sie basiert auf dem Geschlecht. Es betrifft auch eher Männer als Frauen. Ich denke, dass das sehr viel mit der Krise der Männlichkeit zu tun hat. Für Männer sei es viel schwerer zu akzeptieren, dass sie gewisse Dinge nicht verstehen können. Aha. Ferner lebe die Demokratie zwar auch von kritischen Geistern, aber eben auch davon, dass man einen gewissen Konsens braucht und ein Grundvertrauen in das System. Und dann folgt die grundfalsche Aussage, die in keinem Beitrag großer Medien zum Thema fehlen darf. Die Verschwörungstheorie als angeblich einfache Erklärung in einer komplexen Welt. Eine wichtige Funktion von Verschwörungstheorien sei, dass man Komplexität und auch Kontingenz reduziere. So Richter im DLF. Zitat Eine aktuelle Welle an Warnungen vor Verschwörungstheorien. Dieser Beitrag ist nur die Spitze eines Eisbergs. So hat der DLF in jüngster Vergangenheit noch weitere Beiträge zum Thema gebracht. Etwa der Boom der Corona-Verschwörungstheorien oder auf DLF Nova den Artikel Verschwörungsmythen und Coronavirus – Weltherrschaft und versklavte Kinder. Unter den Privatmedien tut sich etwa die Frankfurter Rundschau hervor, die zum Thema die Artikel Verschwörungstheorien zur Corona-Krise gegen Zwangsimpfungen vor der Paulskirche oder Reptiloiden oder 5G – Verschwörungstheorien zu Corona sind so gruselig wie ein Horrorfilm brachte. Dem will der Stern nicht nachstehen und schreibt Verschwörungstheorien und Corona oder die große Koalition der Spinner. Und die BILD fragt Corona-Verschwörungstheorien, warum es über Bill Gates so viele Fake-News gibt. In den öffentlich-rechtlichen Sendern beschwörte die ARD bereits vor einiger Zeit Verschwörungstheorien, böse Mächte und trojanische Pferde. Und das ZDF fragte einst, Infodemie rund ums Coronavirus, ist das noch Fake oder schon Verschwörung? Eine wichtige Rolle bei der Diffamierung von berechtigter Nachfrage als Spinnerei spielen die Experten, die teils als Kronzeugen für diese Deutungen fungieren. Im besprochenen DLF-Interview nimmt diese Rolle die Historikerin Hedwig Richter ein. In einem verlinkten Artikel in der Zeit warnt dagegen Michael Butter vor Theorien, verpackt als seriöse Wissenschaft, verbreitet von Skeptikern. Der Tagesspiegel wiederum nutzte als Zeugen gegen die Corona-Verschwörungstheorien die Sozialpsychologin Pia Lamberti. Manche dieser Experten für Verschwörungen werden regelrecht herumgereicht. Auch scheint es, als hätten viele Journalisten und Experten das gleiche Seminar besucht. So sehr ähneln sich die Strategien der Diffamierung bis hin zu wiederkehrenden, fast wortgleichen Satzbausteinen, etwa jenem von der einfachen Erklärung für eine komplexe Welt. Die Strategien Einordnung als Rechts und die Verknüpfung mit Spinnern Als zentrale Strategien sind vor allem auszumachen, die pauschale Einordnung als Rechts und die Verknüpfung von mutmaßlich realen Vorgängen mit kompletten Spinnereien. In der Hoffnung, dass etwa der unseriöse Ruf von Mondlandungsskeptikern auf vernünftige kritische Nachfragen zu den sozialen Folgen des Lockdowns abfärbt. Letzter Riss exerziert das ZDF in dem aktuellen Beitrag die sieben größten Verschwörungstheorien der Geschichte. Darin werden Vorgänge, die mindestens kritische Nachfragen rechtfertigen, wie 9-11 oder Pearl Harbor, auf eine Stufe gestellt mit der Chemtrail-Theorie oder der Theorie von einem eigentlich noch gar nicht verstorbenen Elvis Presley. Die Nachdenkseiten haben in dem Artikel Verschwörungstheorien die ewige Leier von den einfachen Antworten in einer komplexen Welt festgestellt, Zitat Vieles wird bereits als Theorie gebranntmarkt, obwohl es sich tatsächlich um Fragen handelt. Wahlweise wird auch behauptet, es würden Fragen gestellt zu Dingen, die längst aufgeklärt seien. Auch in diesem Text sollen keine Theorien verbreitet werden. Es soll aber das Recht, vielleicht sogar die journalistische Pflicht verteidigt werden, offene Fragen zu offiziellen Darstellungen auch beharrlich zu stellen. Mit diesen Fragen fordert man keine bestimmten oder gar vorformulierten Antworten, sondern eine angemessene Untersuchung. Das Ergebnis dieser Untersuchung kann auch zum Nachteil der Fragesteller ausfallen. Das wäre dann zu akzeptieren. Inakzeptabel ist aber die Verweigerung von Untersuchungen mit dem Verweis, die Fragestellungen seien verrückt oder rechtsradikal. Die in zahllosen Beiträgen geäußerte Floskel von der Verschwörungstheorie als einfache Erklärung in einer komplexen Welt, Folge der anmaßenden Darstellung, dass diese komplexe Welt nur von etablierten Journalisten durchschaut werden kann. Diese würden das jedoch allzu oft tun, indem sie sich offizielle Deutungen zu eigen machten und sie von berechtigten Zweifeln und Fragen abschirmten. Zum anderen seien die Versionen der Skeptiker oft erheblich komplexer als etwa die offiziellen Darstellungen des syrischen Konflikts als Volksaufstand oder des ukrainischen Umsturzes als Sieg der Zivilgesellschaft. Die Nachdenkseiten haben sich bereits in zahlreichen Artikeln mit dem Phänomen und dem Kampfbegriff Verschwörungstheorie auseinandergesetzt. Etwa zur Diffamierung Deine Leganzas zum Thema NSU und zum Thema Stay Behind und Gladio sowie zum Thema Giftgas oder zur praktizierten Gleichsetzung von Skeptikern und Spinnern oder zur zusätzlich letzten Verlinkung hier 9-11 in den aktuellen Medienbeiträgen. Das Versagen geht weiter zum medialen Umgang mit 9-11. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.